Moin, hallo und herzlich willkommen, macht's wieder in Stadt. Weiter geht's aber auch mal online. Wir müssen ja 2026 erschießen, auch beim Film immer noch 16. Was ist denn los? Was ist das hier? Keine Ahnung. Das klang wie hier hinten. Ey, da freint sich doch nicht da hinten rum, oder? Oh, da macht das Ding ja so eine Kurve, dass ich dachte, dass es hier auch jetzt... Ja, aber doch einmal. Hey, das ist ja komisch. Was? Was? Der Fisch. Das war noch keine 35 Meter. Schöne M62. Was der Knorpel da die ganze Zeit rumgelabert hat. Oh, 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 oh. Das hat mich auch von meinem Ziel weggebracht. Was ich nämlich noch machen muss, heißt Test Drive. Das ist PMCs auf 60 Metern mit der Springfield Armory über den Haufen schießen. Und ja, das geht auch mit diesem Body. Sozusagen im Üstlich den Arc Einstatt Body benutzen. Wichtig sind halt die Anbauteile. Das ist das Einzige, was hier interessiert. Also da spricht der Schali und das Co. Ich sehe von mir noch keine Bewegung hier. Das ist der Krützer. Wie weit kann ich denn eigentlich mit dem Scope nullen? 450, okay. Das könnte man sich eigentlich auch da rüber machen, auf diese Felsen da drüben. Das ist der Krützer. Das ist der Krützer. Der Krützer. Das ist der Krützer. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße! 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 Guck mal die Luft an, Alter. Jetzt hat mir die Luft gefehlt. Gucken wir uns mal her. Gucken mal. Der Streif, oh ja. Nee, das waren alles Bärs. Guck mal, das... das waren zwei sozusagen. Okay. Guck mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Vocals arrived. It's clear. It's clear. It's clear. It's clear. It's clear. I guess it's clear. It's clear. It's clear. You can see there's right there. It's good to see. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. If I'm not sure of the trick and it's fine, what can I do to do? Vielen Dank. Gut, war er jetzt allein oder tanzt hier oben oder macht einer rum? Ich lasse mir hier meine Schäfchen ins Trockene bringen. So, sieht aus wie ein Schweinestall. So, leichter mal. So, ich lasse mir hier. So, ich lasse mir hier. So, ich lasse mir hier oben an. 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 So, ich lasse mir oben an. Rektar, verdammt! Bésar! Oh, so. Ja, machen wir uns raus. Ja, machen wir. Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht nur noch mal da runter in die Garage liegen. Es gibt bestimmt wieder kleines Zeug da, aber ich bin ja jetzt schon wieder hier am Limit. Stärker, Endurance, Stamina, den Pressmonster direkt an. Dann muss ich mal mit der Garage gucken. Ach, ja, nur genug. Wir haben uns mit PMCs erschossen an den Presspapik. Die eine jedenfalls. Ich hoffe, da waren ein paar Usics dabei. Ein paar habe ich, glaube ich, gesehen. Eins, zwei. Das war Usics auf jeden Fall. Wie gesagt, wir brauchen noch 14. Dann brauchen wir jetzt noch 12. Das war's. Das war's für heute. So, da kann ich das Pinke Armour jetzt einfach so, was mir Spaß macht. Das ist das Lighthouse wieder spielbar, aber irgendwie, ey, das ging ja gar nicht. Hallo, das macht's nicht so spannend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Ich würde jetzt vielleicht nochmal aufs Tricks... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020